Ich bin Diadri, ich bin seit 2000 in der Musikindustrie, habe eine Agentur in München, die heißt Eskapaden Musik. Ich bin im Booking-Bereich tätig, Management und wir haben auch noch ein kleines Label. Der Job ist einzigartig, weil er einfach nie gleich ist. Es ist immer eine neue Erfahrung, ich begegne und lerne neue Menschen kennen. Ich liebe den Job einfach auch, weil man so viel zurückbekommt. Man arbeitet und arbeitet und arbeitet und irgendwann ist das Produkt da, das Baby ist dann geboren. Mir macht der Job wirklich sehr viel Freude, sehr viel Stress, aber ich liebe ihn auch sehr. 2007 habe ich meine Festanstellung bei einer Plattenfirma gekündigt. Und zwar auch einfach, weil ich die Liebe und die Leidenschaft zur Musik nicht verlieren wollte. Ich habe eine Auszeit genommen und ich bin sehr dankbar für diese Auszeit, denn jetzt konnte ich wieder voll einsteigen. Ich habe ein Dreivierteljahr Pause gemacht. Durch die vielen Jahre meiner Anstellung, freiberuflich gearbeitet, da ist es natürlich so, dass du in der Firma, wo man tätig ist, natürlich die Kontakte auch hat. Und irgendwann ist es dann auch so, dass man auch ein Gefühl dafür haben muss, am richtigen Ort, eine richtige Zeit, bestimmte Leute zusammenzubringen, zu connecten. Die wiederum bringen andere Leute mit. Das ist auch, ich sage mal, eine Leidenschaft von mir, auch soziale Kontakte zu knüpfen und die richtigen Menschen zusammenzubringen. Frauen sind ganz, 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 ganz wichtig für diese Branche. Und Frauen müssen einfach wissen, dass sie wichtig sind. Und zwar, das fängt bei der Empfehlung an. Wenn jemand einen Lichtladentechniker oder sonst was sucht, dann kann man auch sehr gerne auch mal Frauen vorschlagen, Frauen vermitteln, viel mehr zusammentreffen, viel mehr miteinander. Da ist es einfach total wichtig, dass eine weitere Frau keine Bedrohung ist, sondern dass man da mithält, zusammenhält und sich auf Augenhöhe begegnet. Und bei der Einstellung, HR, Frauen einstellen, Sichtbarkeit, connecten. Ich mache hier dieses Interview, ich fühle mich gar nicht wohl, aber ich mache es, weil ich mache es für die Frauen. Und ich denke, dass es wichtig ist. Also einfach mehr Möglichkeiten, Chancen nutzen für Kolleginnen. Wir sind gezwungenermaßen auf einen guten Weg. Ich glaube, das passiert nicht freiwillig. Firmen kriegen viel Druck vom Betriebsrat und auch mit Social Media. Dass da was passieren muss, dass es eine Quote geben muss, eventuell auch, oder dass es mehr in der Führungsebene geben muss. Das ist aber nicht etwas, was von innen heraus irgendwie entsteht. Und das finde ich wahnsinnig schade. Das wird auch bedeuten, dass, wenn es diese Position natürlich dann auch gibt, dass man vielleicht auch nicht mit offenen Armen empfangen wird, weil es jetzt nichts freiwilliges ist. Auf jeden Fall, ja, es muss sich was ändern. Und zwar sehr schnell.